täglich hören wir auf einmal trommelschlagen auf auf die fahrräder und nun sind wir gekommen um zu gucken für was denn die jugendlichen hier täglich üben schon sehr interessant aber wir wissen irgendwie nicht für was das gut sein soll oder für welche veranstaltung das geübt wird hier mir war vorher gar nicht bewusst dass wir so viele jugendliche hier im ort haben jetzt wird direkt neben der schule auf dem kirchengelände geübt hier 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 Untertitelung. BR 2018 Heute üben nun die Kleinen. Unsere ist auch mit dabei. Denen wird beigebracht, in welcher Reihenfolge sie in der Parade wohl laufen werden. Und wir verstehen immer noch nicht, für was das ist. Es ist der Unabhängigkeitstag von Paraguay. Gefühlt hat sich der ganze Ort hier versammelt. Total aufregend. Gleich geht's los. In der Parade repräsentieren sich alle Arten von Schulen, unter anderem auch Universitäten und Ausbildungsstädte. Jetzt kommt unsere Grundschule. Ich begleite Carolin am Rand. Malte! Malte! Musik KONIEC 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 ¡Fuertes los aplausos para el plantel de chino neras del Colegio Parracial Kio 11, Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.